Hallo Kinder, heute möchte ich euch was vorstellen und zwar ein schönes Buch zum Lesen. Ich werde euch das vorlesen und ihr werdet es schon sehen. So, ich fange einfach mal an. Berti und seine Familie pupsen gern. Zuerst kommt Berti. Bertis Mutter will heimlich pupsen, aber jeder weiß, dass sie es ist. Bertis großer Bruder ist ein richtiger Angeber. Er pupst besonders lange und laut. Bertis jüngere Schwester ist klein, aber ihre Pupser sind riesig. Bertis Opa aber hat die kräftigsten, frechesten, lautesten und stinkigsten Pupser von allen. Wer pupst am lautesten? Hör nochmal genau hin. Wer hat am lautesten gepupst? Ihr dürft raten. Ende der Geschichte. Unglaublich, oder? Pupswofen, Kinder. Ich dachte, ich habe Grüne Brüxel gesehen. Unglaublich, wirklich. Aber musst du das haben. Und deswegen habe ich es euch vorgelesen. Gut, haut rein. Gute Nacht. Wir ihr wenigstens. Mit dem Mik vul Diveter hat. Die Tricksung hat mich zu sein. Jetzt ma phenomena. Okay. Von daher reinなんですね. Vielen Dank.